Haftungsausschluss. Diese Information ist ein Beispiel und muss bei der Installation an die genauen Bedingungen vor Ort angepasst werden. Die Installation muss zwingend unter Beachtung von allen Normen und Vorschriften ausgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für fehlerhafte Installationen und deren Folgen. Hallo, ich bin wieder Kai von Marine Cells und heute sind wir mal in dem Honda Trainingsgelände im Trainingscenter in Frankfurt. Und zwar nicht ohne Grund. Wir haben einmal eine Möglichkeit hier einen Lehrgang zu bekommen über Außenbordmotoren, um eventuelle Fragen, Beratungen für euch am Telefon zu machen. Beziehungsweise haben wir hier die Möglichkeit euch zu zeigen, wie man den Honda Stromerzeuger als Notstromaggregat einen anderen Haushalt anbinden kann. Und das werden wir euch jetzt hier mal zeigen. So, hier haben wir jetzt die Haushaltsversorgung. Die besteht aus drei Phasen. Die haben wir hier einmal mit drei verschiedenen Glühkörpern zur Geltung gebracht. Entweder können Sie jetzt den Stromerzeuger in eine Phase einspeisen, dann würde der Elektriker die Abnehmer auf eine Phase setzen, die sie wünschen. Und diese eine Phase wird dann quasi bedient von dem Stromerzeuger. Würde dann so aussehen. Dann könnten Sie unter anderem von der Firma Mennekes diese Einspeisung nehmen. Die ist allerdings nur bis 32 Ampere und deswegen ist das für eine Phase gedacht. Wenn Sie die Vollversion möchten, dass Sie sofort das ganze Haus mit allen drei Phasen einspeisen, bitte dringend auch mit dem Elektriker sprechen. Der Elektriker, der kann hier zum Beispiel von der Firma Hager einen Schalter, es gibt aber auch von Mennekes, einen integrierten Schalter nehmen, der dann auch alle drei versorgt. Also ich kann jetzt hier mal zeigen, in diesem Fall würde der Stromerzeuger alle drei Phasen bedienen. Wir haben hier den Honda Stromerzeuger EU32 mit 3 kW. Es würde genauso auch der EU22 mit 2 kW oder der EU10 mit einem kW funktionieren. Das hängt davon ab, welche Abnahmemengen ihr in der Not haben möchtet. Es gibt verschiedene Stromerzeuger, es gibt Drehstromstromerzeuger, die 400 Volt angeben. Allerdings gibt es die nicht mit einem Inverter und deswegen sind die für eine Einspeisung als Notstromgenerator nicht geeignet. Man muss eine Invertertechnik haben, damit die hochsensible Elektronik der Heizung und anderen elektronischen Geräten nicht defekt geht. Hier haben wir jetzt den Honda Stromerzeuger mit der Invertertechnik. Der muss angeschlossen werden an euer Stromsystem zu Hause. Wir haben hier einen Umschalter integriert. Der Elektriker wird dann entweder bei euch zu Hause einen Umschalter und eine Umänderung des Stromnetzes vornehmen, dass dann auch eure Heizung funktioniert. Entweder macht man das integriert in eurem Stromkasten. Die Alternative, wir haben hier mal eine Extra-Geschichte, die wir anbieten aus dem Hause Männekes, wo man dann wählen kann zwischen der Netzversorgung oder wenn das Netz ausgeht mit der Notstromversorgung. Ganz wichtig, wenn ihr einspeist, es muss der Stromerzeuger mit der Potentialschiene des Hauses verbunden werden. Die müsst ihr in eurem Haus suchen, finden oder ihr wisst, wo sie ist. Jedes Haus hat diese Schiene und dort muss quasi eine Erdung vorgenommen werden. Ganz wichtig, wenn ihr den Stromerzeuger mit der Erdung verbindet, mit eurem Haus, dann wird auch automatisch der Personenschutzhalter aktiviert und dann darf man auf gar keinen Fall die zweite Steckdose benutzen. Die muss komplett erledigt, weil die hat keine Sicherung dann. Also nur diese eine und die ist hier drüber dann abgesichert. Aber wie gesagt, ganz wichtig, den Elektriker fragen. Ja, ich zeige euch das jetzt mal. Wenn das dann vom Elektriker vernünftig angebracht wurde, hat man entweder die Möglichkeit, über die ganz normale Haushaltsversorgung zu gehen oder wenn jetzt der Stromausfall ist, schaltet man hier um auf den Stromerzeuger. Das würde dann hier sein, man geht vom Netz auf die Notstrom und dann schaltet man den Stromerzeuger an und die Stromversorgung funktioniert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.